Hi liebe Leute, willkommen zurück zu Jedi Survivor. Was können wir hier machen? Wir sind in der Waldanlage von Kobo, in der alten Jedi Anlage und wollen jetzt erstmal herausfinden, was hier so los ist. Ja, Werkbank nutzen. Ich werde mal BD wieder verändern. Hallo? Hallo? Ah, hat ein bisschen gedauert, bis es sich entschieden hat. Offensichtlich. So, ich werde mal BD, wie gesagt, verändern. BD1, zerbeult. Astro, zusammenbauen, das sieht irgendwie lustig aus. So, was hat man ja schon den Kopf? Audiosensoren. BD1, ich finde die Antennchen so süß, deswegen habe ich mal zerbeult. Körper. Zusammenbau sieht auch irgendwie stylisch aus. Haben wir die auch hier? Ja. So, Materialien. Machen wir mal ein bisschen. Ne, warte mal. Erstmal primär. Machen wir dich mal pink, he? Korund. Meine Tochter liebt pink, deswegen mache ich ihn mal pink. Ich meine, sie sieht das hier zwar nicht zum Glück, aber... Zustand? Uralt. Ah nee, der arme BD. Wir machen ihn natürlich makellos. Ja, hier ist pink. Wir finden bestimmt auch eine Möglichkeit, die Dinger hier zu durchtrennen später. Oh, da sind irgendwelche Viecher drin. Geil. Ich glaube irgendwie, dass das ja alles zusammenhängt mit dem Gas. Kurbo Barriere. Eine undurchdringliche Barriere aus einer hochmagnisierten, staubähnlichen Materie. Die Struktur ist gegen übliche Mittel resistent und widersteht sogar Lichtschwertschlägen. Alles gut. Sechsvögel. Ey, die machen so viel Schaden. Ist nicht normal. Wenn ich schnell bin, könnte ich da wahrscheinlich auch nicht durch. Ich denke mal, ich werde direkt zu stecken. Kein Strom. Der Ort scheint verlassen worden zu sein. Vergessen. Ja, ich schätze, sie hat es nicht vergessen. Auch nach all den Jahren hat sie nie ihre Mission aufgegeben. Enttäuschen wir sie nicht. Naja, wir sind ja im Prinzip ja eigentlich nichts schuldig, oder? Wir haben sie ja gerettet. Boah. Boah. Ach, so scheiße. Shortcut mal wieder. Nice. Oder pro andere Seite. Jaaaa. Ey, wir sind nicht dein Feind, ne? Aber große Vögel mögen uns ja eigentlich, haben wir schon festgestellt. Oder auch nicht. Was ist das für ein Sprung eben? Okay, das tat weh. Suchen wir uns einen anderen Weg. Wir helfen ihr später. Aber hey, es hat keinen Schaden gemacht. Ach, diese Federn. Sieht aus wie Vogelkacke. Ausgefallene Federn. Als einer der Spitzenpredatoren auf Kobo, äh, Sp... Predatoren. Ja, Predatoren. Auf Kobo herrscht der Piazza über Himmel und Prärie. Ein Schrecken für alle Kreaturen, die er ins Visier nimmt. Die nomadische Kreatur lässt sich selten nieder und ihre vorübergehende Besiedlung der Waldanlage kann auf Verletzung oder andere Beträgendes zurückgehen. Ja, dass sie halt einfach nicht fliegen kann, weil sie gerade festhängt. Vielleicht. Aha. Da sind alle tot, die Viecher. Aha. Ich hab's noch gesehen. Ein dünner Schnurrbart. Alter. Ah, wie heißt der Schauspieler? Er erinnert mich gerade voll an den Schauspieler. Ah. Wow. Alter. Schon wieder so viel hier. Oh, ich verspricht leider. Nein, nein, nein. Ach, scheiße. Nein, Hilfe! Hilfe! Stimm! Scheiße, ey. Boah, ist das kacke. Ich hasse es. Es ist nicht schön, gegen das Ding zu kämpfen. Es ist einfach viel zu schnell und macht zu viel Schaden. Wir kriegen bestimmt noch einen Bonus, das bei mir aushalten oder so. So eine Technologie habe ich noch nie gesehen. Zusatzteleskop der Anlage. Diese Generatoren laden die Luft mit stark angereicherten Energieströmen auf, die sowohl in Energiemenge als auch vom Gefahrenpotenzial her mit interstellare ionische Stürme vergleichbar sind. Äh, dem Rost und dem Bewuchs nach zu urteilen wurde die Anlage seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Ich habe auf Bracker viele Maschinen zerlegt. Ja, Ionenstürme sind immer cool, glaube ich. Oha. Ist da eine Abkitzung für nach unten hier? Sehr ganz nett. Na? Ah, Schaltersorgsamkeit. Woah! Wir haben diese Technologie schon mal gesehen, nur nicht in dieser Größe. Ein Kugelverstärker. Die eigentümliche Vorrichtung aus der Zeit der Hohen Republik. Diese Jedi-Technologie fokussiert und verstärkt, die die in Kobo-Kugeln gespeicherte instabile potenzielle Energie stabilisiert. Jo. Aha. Genau wie sie es kann man. Ist das schlimm, wenn ich dadurch... ne, ok. Vielleicht gibt es nur ein bisschen Krebs. Ist nur krebsenregend, das Zeug. Ich... Alles okay. Lass uns gemeinsam kämpfen. Au. Hey, du bist auf meiner Seite, du Kackvie. Au. Alter, komm mal! Hierher, Kaupe! Diese Dreckviecher! Guck mal, einmal rammen tötet mich fast. Ey. Wo ich jetzt direkt nochmal ausruhen ein bisschen. Ja, scheiß Viecher. Ohne Spaß. Ich bin dein Verbündeter. Ich bin dein Verbündeter. Ich bin dein Verbündeter. Hühnchen. Ach guck mal, das geht doch gegen die ganze Gaszeug-Sache hier. Interessant. Oh nein. Oh. 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 Ist ja eben. Ist aufgetaucht. Interaktionspunkt. Ah hier. Ach so. Die hat man gar nicht gesehen. Boah. 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 Mit Viecher. Haha, ich find's immer so geil. Wo kommen wir niemals lebend durch, da eben? Naja, ich kann nicht rüberspringen, soviel ist halt klar, ne? Deswegen. Diese Balance schon wieder. Ich glaub das später, oder kann ich die jetzt schon irgendwie? Ne. Ne, ne, da kann ich noch nichts machen. Die Tiere rund um die Anlage sind ziemlich aggressiv. Leg wohl am Staub in der Luft. Und imperiale Patrouillen machen ist auch nicht besser. Aha. Da ist wieder der Gallenschlund-Bauer. Oder, ne, hier war ich noch nicht, oder? Ne. Okay. Wir werden große Fauna. Ah. Wir werden Gegner attackieren, Kerl, wenn sich keine anderen in der Nähe befinden. Ja, das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Ähm, brauchen wir schon nicht... Hä? Achso, das war jetzt einfach nur ein Bonus, dass ich auch große Gegner jetzt verwirren kann. Das war jetzt nichts, was ich equippen muss. Andere Seite. Ja. Bin ich denn jetzt? Muss halt hier hin, aber das geht jetzt aktuell nicht. Ja, doch vielleicht schon. Da wär noch was... Da geht's auch noch weiter. Was ist da alles voller Gas? Hä? Ja. Äh hä hä hä. Mhm. Ja, gut. Schön. Kann ich sein kämpfen! Wir brauchen noch einen Krieffer! Ja! Dann der Fall! Ja, ja, ja! Wir werden gemeinsam kämpfen. Ja, perfekt. Richtig zu Hause ist das Imperium hier nicht. Oh, hast du das zum Scannen gehabt? Ja, das hatten wir ja schon, dass die ganzen Lieferungen für die so ein bisschen spärlich waren, die halt hier kaum überleben konnten. Die Truppen. Also eigentlich voll die verarscht Mission für die. Ein bisschen leid tun sie mir ja schon. Ich meine, die machen ja auch nur ihren Job. Und, taktisch. Aha. Joa, cool. Also Ballons, die bringen mir jetzt noch gar nichts. Hier geht's wohl noch weiter, ja. Was zum Scannen, WD. Welche Gefäße, aber die sehen auch schon älter aus. Wie er sich einfach mal so runter schwingt. Die geile Sau. Als wäre es das einfachste der Welt. Aber ich glaube, wenn du halt die Macht hast, dann hast du akrobatisch auch so ein bisschen mehr drauf als so ein normaler Mensch. Aha. Hier ist es, dass mich wieder angreift von hinten. Nee. Kennt man ja auch diese kleinen fiesen Hinterhalte. Oh, das sieht ja nett aus. Wir sind eine Flugkatze. Wow. Was soll ich denn noch sagen? Zier, ich dachte... Nein, du hast nicht gedacht. Du hast eine Bedrohung erkannt und reagiert. Hätte der Orden schneller reagiert, gäbe es die Republik noch. Das Imperium, die Haxionbrot, die halbe Galaxis will unseren Tod. Ja. Die Chancen stehen gegen uns. Aber sie werden immer gegen uns stehen. Kerl, du wirst dich nicht aus jeder Situation freikämpfen können. Verstehst du das? Ich glaube nicht, dass das viel feindlich ist. Oh. Ach, wie es guckt, ey. Es ist nicht die Zeit für Kämpfe. Ach, komm. Ich kann das viel fliegen. Ein Relter. Das Tempo gefällt mir schon besser. Aber es kann halt nicht hochfliegen. Es kann nur gleiten mit uns. Wir sind zu schwer. Die Performance ist jetzt nicht immer geil vom Spiel, aber es ist definitiv nicht so schlimm, wie es irgendwie am Anfang war. Yay. Yay. Bye. Macht dir das nix aus? Das Gas? Ich finde es so viel cooler, übrigens. Pepepepepepepepe. Kämpfe mit mir. Ich verstehe das nix. Ich halte sie auf. Ich finde es nur deine Lücke. Nice. Und branche. Weheu. Danke, muss ich das gar nicht mehr zähmen, oder was? Komisch, dass ich die nicht mal mehr zähmen muss, jetzt offensichtlich. Du erstickst da drin nicht, oder was? Oh, doch. Sehen wir uns das mal an. Zentrale Rotationsvorrichtung. Die Komplexität der unterirdischen Mechanismen, die die oberirdischen ionischen Strahlen der Anlage betreiben, ist kaum vorstellbar. Obwohl die Vorrichtung offenbar seit Jahren nicht bewegt wurde, muss es immer noch eine Möglichkeit geben, sie zu kontrollieren. Ich kann einfach jetzt durchlaufen, ja, okay. Das Gas geht halt nicht bis zu meinem Gesicht, von daher. Oh, oh. Weiter geht's. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Vielleicht war es ja ganz gut, das Vieh zu befreien, aber es ist ein Spitzenpredator. Also glaube ich jetzt nicht, dass es uns verschont, nur weil wir ihm geholfen haben. Das wird ihm jetzt nämlich egal sein. Ich meine, es ist ein Raubtier, ne? Nicht alle sind vernunftbegabt und sagen sich, jo, der hat mir geholfen, jetzt schon ich ihn. Ach, weiter geht nicht. Hä? Gehe ich jetzt da weiter, oder was? Weil hier ist jetzt Zoo. Wie sind die schon da reingekommen, die Penner? Hm, Geldsorgsamkeit. Also hat es jetzt praktisch einen Nutzen gehabt, dass wir jetzt hier oben vorbei können, wo das Vieh nicht mehr da ist. Das war nicht wirklich aus Herzensgüte. Ich frage mich, wie lange das Ding hier drin festsaß. Wie es aussieht, kann diese seltsame Materie hier unterschiedliche Formen annehmen. Hoffen wir, dass wir im Turm der Anlage ein paar Antworten finden. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es uns hilft. So, wir gehen die neunte Schwester auf Kashid. Kashik? Kashid. Jäger. Wenn ich mal ein anderes Material, dann passt das auch farblich besser. Das ist ja die gesperrt natürlich, bei der Jacke. Finde ich cool, man konnte ja... Also am ersten nur die Pontios und dann konnte man nicht mehr die Farbe auswählen. Das war schon ein bisschen... Bisschen langweilig. Oh, das ist ja so ein Vieh. Ich habe keine Macht. Verdammt. Oh. 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 Was? Als ob der die eben widerstanden hat. Hat sich irgendetwas hätte er die geblockt. Gegen Blasterschüsse machst du halt auch nicht viel, ne? Ich finde die Rüstung, die die haben, auch, sehr gut. Die Rüstung, die die tragen, die ist halt total, ist die Waffe irgendwas gut? Die von den Sturmtrupplern? Ich meine, ein Schuss killt die ja auch schon. Ich verstehe den Sinn nicht ganz, außer vielleicht nochmal gegen so normale Vipro-Waffen bringt es was, aber... Naja. Oha, das ist wie eine riesige Satellitenschüssel. Ah. Jo. Vielleicht krieg ich mir die Kugel hier vorne von dem Apparat schnappen. Ja, sollte ich auf jeden Fall. So, stell mal vor, die fällt jetzt da runter, dann war's das. Keim ist nicht mehr lösbar. Die gleiche, die sie's Kammer versorgt hat. Wir nähern uns. Ach so. So, einige, ne? Das ist nicht nur so eins, zwei. Das ist wie so ein Vogelschwam. Die Anlage durchsucht. Das ist unser letzter Halt. Wenn es den Schlüssel nach Tenalore wirklich gibt, muss er hier sein. Und wenn nicht, ist bei sie vielleicht doch eine Schraube locker. Und durchatmen. Der Reha-Flügel. Das Siegel kommt mir bekannt vor. Hierher muss Shantari Kree also Sie geschickt haben. Der Schlüssel nach Tenalore war weggeschlossen. Seit Jahrhunderten schon. Das war's. Klingt, als würde die Anlage hochfahren. Zeit für ein paar Antworten. Was ist das? Oh! 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 Das war's für heute. Willkommen auf Ternalore. Es ist wundervoll. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochtet ihr anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass ich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Der große Jedi-Ritter Dagon Garra bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Wie könnte ich das ablehnen? Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh? Seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Okay. Es passiert ja öfter mal, dass wir in so eine Traumwelt gelangen. Kann das sein? Sehr komisch. Sehr komisch. Boah, wir sind ja immer durchquetscht durch diese ganz engen Spalten. Oh, es ist wunderschön. Ja, perfekt. Ich habe die Galaxis gesehen, Santari. Und es gibt viele Welten, die das Licht der Jedi nicht erreicht. Ich werde den Hohen Rat bitten, hier Initianten ausbilden zu dürfen. Auf Tennelor? Aber der Planet ist nur schwer zugänglich. Was ist, wenn etwas schiefläuft? Unser Tempel wird eine Bastion für den Orden sein. Hier an der Grenze der Galaxis. Der Abyss blockiert Funksignale. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Also fragt mich nicht, warum, aber ich habe bei den Dagan oder Dagan irgendwie kein gutes Gefühl. Weiß auch nicht. Einfach so. Keine Ahnung, was der für eine Rolle spielt. Noch. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat. Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Was habt ihr? Warne die anderen. Wir werden angegriffen. Du bist nicht hier. Du hast hier nichts verloren. Das ist er? Nee. Krass. Wie könnte der so lange am Leben gehalten werden? Ah. Das sieht ja nett aus. So ein Custom-Made-Laserschwert. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er nett ist. Er hat einen Arm verloren. Wer seid ihr? Ich habe euch gesehen. Ich bin Kel. Kel Kestis. Und ihr müsst Dagan Gara sein. Ja. Er bin ich. Ihr seid ein Jedi? Aber seit eurem Weggang sind die Dinge anders. Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert. Und zu einem Imperium gemacht. Der Orden ist zerstört. Ich glaube irgendwie, der ist auf der Seite des Imperiums. Ich bin zurück. Der Orden ist vernichtet. Ich muss zurück nach Tannelor. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte. Aber es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tannelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung, meine Heimat und sie haben verlangt sie einfach wegzuwerfen. Werken, wartet. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Warum hatte ich recht? Das ist ein Penner. Ey. Bleibt stehen und kämpft! Trivial! Schwach! Ihr seid unterlegen! Genau. Genau. Alter! Wie schwach. Anfänger, was? Das ist gar nicht. Ihr könnt nicht gewinnen. Dieser erbärmliche Orgen wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tenelore aufgegeben hat. Angst? Passt das? Tenelore wird mir gehört. Ist das alles, was vom Orden... Ah, Mann, ey. Du blöder Penner. Ja, der hat so zwei fiese Angriffe. Der Stich und der Drehschlag. Und der Drehschlag ist so ein bisschen kacke auszutarieren, finde ich. Der hier. Was ist das? Du weißt nichts über die Macht. Oh, das war zu früh. Anfänger, was? Ungenügend. Wir verschwenden Energie. Ah, dieser dumme Schlag hier. Dieser erbärmliche Orgen wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tenelore aufgegeben hat. Armselig. Nicht schlecht. Bleib stehen und kämpfen! Wozu der Versuch? Hast du das? Das ist gar nichts. Oh, du Penner. Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Ihr wagt es euch gegen mich zu stellen. Halt! Ich bin nicht euer Feind. Nur wir sind noch übrig. Was ist mit euch passiert? Gravis! Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Wartet! Wartet! Okay, was ist doch der zerstörte Planet wieder. Ja, und was da jetzt noch kommt, das sehen wir nächstes Mal, Leute. Ich mache ja mal Schluss. Danke fürs Zusehen, fürs Liken und fürs Kommentieren. Und bis dann mit Jedi Survivor. Ciao.